Wir sind hier heute im Kindergarten Hogenberg in Laim und die Kinder freuen sich alle schon riesig, weil ihre Kindergärtnerin, die Rocky, die muss hier heute eine Aufgabe erfüllen und die werden sie hier alle ganz kräftig unterstützen oder? Ja! Ja mit so viel Energie wird das auf jeden Fall funktionieren, da bin ich mir sicher. Was wäre denn jetzt so das Schlimmste, was auf sie zukommen könnte? Zehn Runden Joggen. Also ich kann ihnen versprechen, so schlimm wird es nicht und sie haben hier ganz ganz viele Kinder, die sie unterstützen werden. Ja, mit denen kriegen wir das auf die Reihe. Also Rocky ist ja für Unterstützung sicher. Sie haben jetzt 90 Sekunden Zeit und müssen in dieser Zeit sozusagen trainieren wie so ein richtiger Fußballstar, sich aufwärmen wie der Schweine, bevor er dann auf den Fußballplatz aufläuft. Und zwar müssen sie 15 Kniebeugen machen. Okay ohne Walkman. Ohne Musik. Einfach in dem Rhythmus wie sie es hinbekommen, aber in 90 Sekunden. Mit Kindern. Also auf die Plätze. Fertig los! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünf, fünf, zehn, elf, zehn, elf, zehn, elf, zehn. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gewonnen. Danke. Ja! 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 Ja!